Das Pikachu-Muster, richtig, richtig. Ich bin jetzt aber interessiert an der Sache, ob wir überhaupt Spieler finden. Ach klar, was denkst du denn? In Asien? Natürlich. Es ist Free-to-Play-PS4. Natürlich. Das finde ich auch irgendwie komisch. Das hat bei uns jetzt 8 Euro gekostet, das Spiel. Ja? Ja, 7 Euro. Und auf PS4 ist es, glaube ich, umsonst. Guck an hier, das spielen alle. Weltweit. Auf der ganzen Welt drauf. Pingvorteil, Chat. Pingvorteil. Oh, kralle, ja. Gutes Spiel, ne? Gutes Spiel. Vor allem im Koop, ne? Gestern das erste Mal mit dem Kollegen Remnant durchgespielt. Ja, mega-nices Game. Also finde ich auch sehr cool gemacht. Ich denke, spätestens zum neuen, großen DLC. Ich glaube, da können wir das auch nochmal in Angriff nehmen. Sehr gerne. Hat echt Bock gemacht. Und du wieder? Na klar. Zusammen. Das erinnert mich so an, gerade Torhung erinnert mich so sehr an Takeshi's Castle. So, okay, Steuerung. Ich denke mal, A ist Hüpfen und wo ist X ist Zugreifen. War ich gut und auch noch kostenlos auf Epic. Oh, ja, super. Ist das gerade kostenlos auf Epic oder was? Es ist wirklich cute, ja. Warte mal, das ist bestimmt Hüpfen. Und Hüpfen und das ist nach vorne springen und wo ist festhalten? Das ist direkt nach vorne. Ey, 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 ey. Big Bully. Direkt Big Bully Achievement. Nächstes Achievement frei gestaltet. So, Mark, du machst das hier. Na klar. Das geht jetzt runter. Runter! Runter! Runde 1 raus. Nee. Quatsch. Wer weiß, wer weiß. Ach, die ist auch immer mal locker. Oh, ich dachte, du wärst zurückgeschleudert worden. Was war das denn gerade? Nein! Oha, da war ich. Jetzt, 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 rechts, 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 rechts. Niemals. Sehr nice, sehr nice. Gezett. Danke. Gezett. Unter 1 raus hier. Remnant from the Ashes ist quasi ein Souls-like Shooter. Sehr geil kooperativ zu spielen. Geht momentan auf Epic kostenlos. Ist aber nicht nur Shooter. Nee, genau. Milibwaffen gibt's auch. Bisschen Loot und alles. Ja. Not bad, not bad. Dankeschön, Gigi, Dankeschön, 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 Dankeschön. Gut, oder? Erstmal, ja. Dann fangen wir automatisch nicht aus, ne? Also, du hast das schon gut gemacht auch. Gut geschafft. Klar, könnte, könnte, hätte, hätte, Fahrradkette und so, ne? Sind die Rassen? Moin! Nee, aber in der Tat, ja. Also, das erste Mal, glaube ich. Ja, das erste Mal, dass wir es selber spielen. Die Sache ist die, also, es gibt ja noch dieses Festhalten. Wie geht das? Also, ich, hüpfen ist A und auf X ist nach vorne springen. Mhm. Das kannst du auch nur auf X machen, dann springt er auch nur so einfach nach vorne. Und schneller. Oder du hüpfst halt hoch und dann springt er nach vorne. Ja, ja, ja. Da muss man auch ein bisschen... RT, RT ist Festhalten. Nice, danke dir. Kaiser, danke. Danke, Nanook. Vielen, vielen Dank. Am Controller. Ja, Amorga ist auch am Controller. Na klar. Oh, du hast einen Controller hast? Ja. Wieso das denn? Ich hoffe, ich gucke mir erst mal ein, zwei Runden. Vielleicht hörst du mir das noch doch ein bisschen zusammen. Das macht Bock. Mhm. Vor allen Dingen 16 Leute, okay. Wie nur die Wasserpiste und der generell am Anfang. Oh Gott, oh Gott, fall nicht runter. Ja, das kriegt man schon hin, irgendwie. Hey, 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 Freunde. Nicht schnupfen. Die rempeln da ganz gut rum. Ey, was ist denn mit euch? Nein, schnupfen, schnupfen, schnupfen. Sind schon acht Leute ausgeschrieben. Ich hau ab hier, ey. Da ist mir zu viel los hier. Da ist mir zu viel los. Hinten ist langsam, das ist schön. Da krieg ich hin. Oh, oh. Ruhigbleiben, Mock. Die warten noch auf Schubsen hier. Natürlich. Warum? Da ist noch einer abgegangen. Jo, 13. Drei noch. Drei noch. Bist du einer der drei, Mock? Ich weiß es nicht. Nein. die mucke ist irgendwie cool ja ich glaube so ein paar mal hören ist die cool wir können auch andere anmachen nee also nein ich meine jetzt generell deswegen ja musik ein bisschen leiser jetzt fallt doch runter was ist denn mit euch der mokka gleich auf stress aus der sich qualifiziert hier qualifiziert ist jetzt mal wieder die ecke hier unten da ist ja nix für mich dringt wohler und ihr könnt auch besser mehr vom bildschirm sehen da können wir noch ein bisschen größer mal wieder 24 leute noch 24 leute was gibt es denn jetzt oha warte mal ich kenne mich ich kenne mich aus ich kenne mich aus ich weiß wie es geht wir müssen den ball nach oben schieben glaube ich rock'n'roll die runterschieben nene hochschieben runterschieben ja erst hoch und dann runter wir beide recht erst bergauf und dann bergrunter ja ich weiß nicht ob es bergauf geht ich glaube es geht ja gerade mit hindernissen steigerung ist jemand mit mindestens fünf prozent steigerung let's go klein auf 3,8 los weiter 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 so team blau team blau ihr macht das schön schön dagegen springen schön gegen gesprungen was wir team gelb team rot ist noch nicht am start rechts also man sieht nicht guter spinn guter spinn wir sind bei 40% ihr seid bei 45% ich laufe ich block 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 ok 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 morgens der blocker morgens der blocker zocker block zocker block direkt mal gegen gesprungen hier die blau rot 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 blau ist vorne blau ist vorne sehr gut sehr gut sehr gut gelb kriegt hier gar nix mehr geschissen ne gelb ist raus wir haben das schon ein paar mal gesehen das spiel natürlich natürlich aber erste mal dass man das selber spielt team gelb ist sind ist team gelb eigentlich immer der versager team gelb ist schon meme im spiel ernsthaft immer auf gelb dann müssen wir das jetzt breaken dann gehen wir jetzt nicht mehr auf team gelb gelb verliert immer das mit dem gelben team geht so auf die eier dann sollten wir in zukunft woanders gelb gleich user gelb ist meine lieblingshafte team gold sogar nicht gelb gold have a puff 70% verliert gelb oh das kenne ich reifenspringer springen und hechte durch reifen um punkte für dein team zu erzielen der welche lyric tactic okay okay sabi bist du traurig darüber frage für ein freund sehr gut hier durch den regen durch gehechtet sehr gut da war ein bisschen schwung hinter auch okay du bist team rot team rot hat bisher am meisten liegt noch vorne mit na klar eine frage denn ein bisschen schwindelig ja um die musik warte hier kommt nicht gut 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 guck mal taktisch warten weißt du aber man sieht manchmal man sieht die schatten vorher auch wenn die ring gekommen und so ich finde musik ein bisschen zu leise bin ich ganz ehrlich magst du mal ein bisschen lauter machen das spiel kann ich machen ja danke ich habe genug spiele okay ja ich habe jetzt schon so viele spiele dass sie auch immer wieder sabi verlost macht mit körper mit körper ja 32 ringe hallo nix ist hier aber hätte sie mal nicht auf die fresse gelegt und wieder hat geld eine schwere zeit ist halt wirklich so oh ganz ganz schwach der rote nein 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 was war das denn hier es geht auch irgendwie nicht fünf punkte geben nur gold ne oh nein 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 bisschen verschätzt bisschen verschätzt kein panik jumpen hoch 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 oh ich habe einen guten Vorsprung alles gut trotzdem trotz jetzt ruhig versagen das mache ich auch Danke Danke Sehr nice Sieht so cute aus wie ihr den körper macht bringt das eigentlich was wenn ich als nächstes nochmal durch springe also wenn wir fast zeitgleich durch springe Aber es ist wirklich nur, dass der Erste den Punkt kriegt. Nur der Erste. Der Ring färbt sich ja dann ein, so in die Farbe. Ich würde natürlich so einfach mal ins Blaue rein behaupten auch. Simon, moin, der Sandfrig. Hallo, hallo. Dann bekommt die Mocker-Rolle eine ganz neue Bedeutung. Ist das schon das Finale? Oh. Bisher? Für meine erste Runde. Allererste, ja, ja. So, mal sehen. Finale, Finale. Meine Geräusche sind immer schwierig, Mann. Die sind auch schwierig zu machen für Mock. Bergspitze. Okay, mit RT die Krone. Wir starten erste Reihe rechts. Nice. RT, auch noch mal angezeigt unten. Ein Naturtalent. Okay, Mock, fokus, fokus. Johe Konzentration. Ey, ey! Das. Warum? Wieso? Weil er nicht gewinnen möchte, aber er möchte auch nicht, dass du gewinnst. Die halten mich fest. Wer macht denn sowas? Andere Seite hängt es hier. Oh, da sprintet da, da sprintet da. Die Arme hält noch richtig mit. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, nein, 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 nein. Auch Mock. Ah! Der war da rechts vorbei. Ja. Ja, Mensch, das war's. Gigi. Die halten die unten. Ja. Oh, nein. Gut, äh, zweiter, zweiter. Nein. Das war's. Bis zum nächsten Mal.